Maggie Ross möchte wissen, wenn jemand Muslim ist, diesen nicht praktiziert, aber nun anfangen will, kann er den Islam wieder neu annehmen? Wenn eine Person Muslim ist, aber den Islam nicht praktiziert, dann sollte sie einfach anfangen zu praktizieren und sich vornehmen, sich in Zukunft an alle Gebote und Verbote zu halten und das, was früher war, bereuen.